Ja, nur ein kurzer Nachtrag zu meinem Video, wo ich gezeigt habe, wie ich da mit dem Magic Keyboard und dem neuen iPad im Alltag arbeite und fleissig unterwegs bin. Eine Frage kam überraschend oft, jetzt wo das Magic Keyboard ja hier unten aus Aluminium ist, macht das nicht den Bildschirm kaputt, wenn man es da jeweils so, ich habe es auch ein bisschen theatralisch zugeklappt und da haben die Leute gefragt, ja, aber das verkratzt doch oder schlägt doch auf das Glas drauf, insbesondere beim Nanoglas. Mein Nanoglas ist noch nicht angekommen. Nun, ich habe bislang, wie gesagt, ich habe das Ding jetzt seit etwas mehr als einer Woche im Einsatz, nichts dergleichen bemerkt. Was ich aber bemerkt habe, ich habe mich nämlich die Frage auch gestellt, weil das ja einfach ungeschütztes Alu und Laptops haben häufig um den Bildschirm, um da so eine feine Gummimanschette oder einen Gummistreifen, der das abfedert, hat das iPad ja nicht. Also, wie machen sie es? Nun, die Lösung ist, hier um die Tastatur herum hat es eine feine Gummiauflage, das federt mindestens in der Theorie den Bildschirm des iPads ab, wenn man es da drauf knallt. Ob es reicht und ob es das iPad gut genug schützt, werden wir herausfinden. Ich bin ja relativ vorsichtig, also ja, ich knall schon jeweils zu, aber es gibt ja Zeitgenossen, die da noch viel, viel ruppiger sind. Da werden wir es dann rausfinden, aber ich vermute wirklich, da dieser Gummirand, der sollte es abfedern und es sollte ausreichen, aber ob es dann reicht, werden wir rausfinden. Aber weil viele Leute gefragt haben, es ist nicht so, dass das iPad da voll aufs Alu knallt, sondern es knallt eben auf diesen Gummiring um die Tastatur rum. So, das war mal ein kurzes Video, aber vermutlich immer noch nicht das letzte iPad-Video. Tut mir leid. Falls ihr noch Fragen habt dazu oder eigene Beobachtungen oder schon Probleme festgestellt habt, unbedingt unten rein kommentieren. Ich bin da immer sehr gespannt, was das Video gefallen hat. Daumen nach oben, falls ihr findet, viel zu kurz, lieber Raphael. Daumen nach unten. Ja, es hätte ja auch ein YouTube-Short sein können, aber ich dachte, ich mache lieber ein richtiges Video, weil da haben ein paar Leute gefragt und ein paar Leute suchen auch danach. Also es ist nicht so, dass es da schutzlos diesem Aluminium ausgeliefert ist, aber ob es dann reicht, das werden wir erst vermutlich in Monaten oder gar Jahren erfahren. Und falls ihr dann dabei sein wollt, wenn ich lästere, mein iPad geht nicht mehr oder der Bildschirm hat so einen Ring rundherum, dann unbedingt Abo abschließen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich hoffe schon, dass sie das seriös getestet haben. Gerade eben auch, wo das filigrane Nanoglas ja auch noch kommt. Also unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.